Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play bei The Hunter. Ja, es hat lange gedauert, dass wieder ein Let's Play rauskommt, aber ich hatte auch lange keine Zeit mehr gehabt und mein Computer hat sich ein bisschen aufgehangen und pipapo. Aber jetzt hat es geklappt, wir sind auf Hasen bei Loggers Point. Wir machen die Mission, einen Hasen zu schießen mit das Kaliber 22, das Luftgewehr, und zwar mit dem Weber. Ich begrüße den Weber. Moin. Und ich begrüße den Maurice. Moin. Ja, ich zeige nochmal, wie wir ungefähr laufen werden. Wie sieht man mal das Luftgewehr? Das macht man am besten alle die Karte auf. So. So. Und so. Wenn wir den hier oben sind, dann kann man ja nochmal so runterlaufen von mir aus. Ja, würde ich auch sagen. Je nachdem, wie viel wir haben, ungefähr. Ja. Ja, und die höchste Distanz von den Hasen mit den 22er, das bringt halt Punkte, weil wir haben ja dieses Weilen, Teamstags, Experimentingster. Ja, wenn wir wieder was haben, melden wir uns bis dahin, so hier sind wir wieder. Wo wohl, wie viel mehr? Ja. Ja. Und da habe ich noch ein paar Jahre alt. Und da ist das, was wir tun, so hier. Wir haben uns ja auch noch ganz so auf die Erde, das heißt ja, das ist nicht, was wir sehen. auf das ist mit dem Namen ob der Ego ist das qualifiziert sich schon muss er einen Schlag geschossen hatte noch strax drinnen von dem Motiv wenn wir das haben werden und das kann so sein wird das erste Kaninchen denn nun Puyo und das liegt St. Kriotin Heiko Likotow Loni und das zutre da wird es verschickt das Klinik wir haben bis ab wo ist ein bisschen zu weh warum muss ich viel mehr bleibt es sind ich habe nicht und dann grünen kann ich ihn das Klinik 50 Meter ergebnis ich bin auf Position 85 ja wenn wir das haben wir haben das nächste Kaninchen die Kultreffer die Kaninchen falsch er legt sie genau da wieder hin Löffel um die Knapp vorbei Marlowe und vorweite Distanzen ich habe auch eine große Distanz und durch Traum der Globes hat man noch ein bisschen weiter an jetzt der war bei Anstieg an die Moise ne ich weiß jetzt reicht es mir jetzt ist es vorbei für die Kaninchen wo ist nochmal leite mir mal zu viel hin wo ist nütter geradeaus vor dem ich habe jetzt getroffen auf scheißweiter sich wieder hingehockt und es liegt sogar ne ich werde berichten was kurz vor dem du bist kurz vor dem das liegt ich neulich habe ich mal einen Punkt gesetzt wo ein Kaninchen von mir liegt wenn wir das haben wenn wir uns wenn ihr seien dann müsste kann ich den vor gar nicht lange gedauert das zudem ist auch der Kuriode gelaufen sind und so ist ein Rieger ich habe die Erkrankung des Rechte ja doch nicht kommen muss ich zurücklaufen aber mehr das kann wieder oder liegt das jetzt wenn du gerade auf die Gäste holen du Kulüten Romming ja wenn wir das haben wenn du so dass das ist kann ich hier ich habe einen guten und zwei können wo im Moment er trefftet jemanden rechte die Gruppe jetzt in und stück ich habe einen guten Punkt macht das macht das ist immer noch gewertet werden ich habe drei Kaninchen und vor wenn ich mir nicht erzählt habe. Soll ich kommen? Nö. Ich will jetzt mal einen weiten Schuss wagen. Wie ist die vom Fadenkreuz, ne? Der mittlere Punkt. Wie ist der geeicht, auf wie viele Meter? Oh, das weiß ich jetzt auch nicht. Er ist eingeschossen. Zu dir zieht ein Kaninchen rüber, Maurice. Und wir haben voll von links. Okay. Fasan, hör es hinter mir, ist ihr halt. Kaninchen ist noch nicht gesichtet von mir jetzt. Da, 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 da. Ja, Kriote wieder auch abheben. Oh, wer glaubst du das, ey? Warte, ist der da noch? Vor dir sitzt wieder eins. Äh. Oh, Freude an ihm, Alter. Du würdest jetzt mal nicht schießen, ich muss mich konzentrieren. Oh, fuck, fuck, fuck. Lass das wohl nicht. Das hab ich wiederhoben. Baut nicht. Maurice, geh weiter zu Weber rüber. Was könntet ihr denn? Nicht zu mir. Ja, wenn wir das haben, melden wir uns bis dahin. So, wir haben jetzt einen Fasanen vor. Jetzt genau vor uns. Ja, das war jetzt auch der letzte Abschluss. Für heute hat sich das erledigt. Nein, das war noch nicht der letzte Abschluss. Ja, bei dir nicht, Weber. Bei dir ist ja logisch. Ja. Und das nächste Video kommt auch bald. Wo ist denn was? Folgenden Tagen. Bis dahin. Ciao, ciao. Jo, tschüss. cuz there ist ja gut. Untertitelung des ZDF, 2020